Vergangene Woche hatte die Bevölkerung der Stadt Leoben die Möglichkeit, sich an zwei Tagen im Wirtschaftshof der Stadtgemeinde über die laufende Sanierung der Kerpellistraße zu informieren. Mitarbeiter der Stadt Leoben, der Abteilung Infrastruktur und Technik, gaben gerne Auskunft über bauliche Ausführung und den Zeitplan. Weiters nutzten einige die Chance, die Einsicht in die Pläne der neu gestalteten Kerpellistraße zu nehmen. Fertigstellung ist voraussichtlich im Frühjahr 2016.